Jo, was geht ab YouTube? Willkommen zu einem neuen Video. Endlich mal wieder, nach einem Jahr wieder ein Upload. Es sind einige neue jetzt auch dazu gekommen. Freut mich auf jeden Fall. Wir sind gerade nach Hause gekommen von unserer Trip nach Köln. Von den Qualifiers. Wir haben uns leider nicht qualifiziert, aber ich glaube wir haben ein gutes Match geliefert. Eigentlich sollte das Video schon viel früher kommen, aber ich habe leider noch ein bisschen Probleme gehabt mit meinem PC. Jetzt habe ich alles gesortet und jetzt kommen auch Videos. Ein paar Leute haben mir schon unter meinem alten Video geschrieben. Ich mache einen auf Elotrix und lade einmal im Jahr was hoch. Keine Ahnung, es wird auf jeden Fall nicht so sein. Kurz zu mir. Ich bin Quickie. Ich komme aus der Schweiz. Ich bin ein Schweizer Schwitzer. Ja, ich zog schon sehr sehr lange. Kompetitiv. Schon seit 10 Jahren zog ich Kompetitiv. Alles damals angefangen bei Rainbow Six, dann rüber zur CUD4. Und eigentlich durchgehend im Westdeutschen Team. Ich war auch schon auf drei Weltmeisterschaften und so weiter und so fort. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall freut es mich, dass so viele neue dazu gekommen sind. Ich denke, es werden auch noch ein paar mehr werden. Danke, Anton. Und, ähm, was sollte ich sagen? Scheiße. Ja, dann auf jeden Fall, was ihr erwarten könnt auf meinem Channel, sind viele Live-Listenings. Und die, die mich schon kennen, wissen, dass ich nicht so gerne Public Zocke. Also ich bin nicht jetzt einer, der auf Triple-Nuklears geht, Double-Nuklears und so. Bin ich ganz ehrlich. Ich werde einer sein, der viel Liga spielt. Wenn dann die Rules dann wirklich auch passen bei Liga. Weil jetzt noch alles erlaubt und so. Und so, Arena heißt das jetzt nicht mehr Liga wie bei Black Ops 2. Aber ich werde auf jeden Fall da viel zocken, Arena. Und ja, vielleicht mache ich ja da einen Nuklear, wer weiß. Und ich habe auf jeden Fall Bock, auch so Tipps und Tricks-Videos zu machen. Ich habe da schon ein paar Sachen so im Kopf. Und ja, einfach Videos vom Haus und so. Vielleicht ein paar Challenges oder so, wie ihr von Optik kennt. Kommt auf jeden Fall einiges auf euch zurück. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. So, jetzt habe ich für euch ein Listening vorbereitet von gegen Epsilon. Die sich ja dieses Wochenende auch qualifiziert haben. Die einen richtig starken Auftritt abgeliefert haben. Einer der besten UK-Teams. Ich würde sagen, das zweitbeste UK-Team mit Infuse zusammen. Und ja, es war auf jeden Fall ein geiles Match auf Fringe. Leider ist die Sound-Quali nicht so gut. Ich habe da ein bisschen gejokt. Also man hört mich übelst laut, die anderen nicht so laut. Weil ihr hört die anderen über mein Mikrofon leider. Und nicht über TeamSpeak. Und mitten im Game ist auch TeamSpeak abgeschmiert. Und macht richtig Faxen. Ihr hört das dann auch im Listening. Ja, ich dachte trotzdem, es ist ein Upload wert. Weil es wirklich ein geiles Match war. Und ja, ich lasse euch jetzt mit dem Listening alleine. Was euch das Video gefällt, würde ich mich mit dem Daumen nach oben freuen. Und ja, abonnieren uns und nicht vergessen natürlich. Haut rein, euer Quickie. Wir kommen, let's go. Wir kommen, let's go. Sag mal. Habe ich was für ein Pass? Yo, Monti, wir sind in deinem Raum um miteinander zu kommunizieren. Ich wollte gerade rein, da steht auch Monti's aktive Finger. Nein, wir spielen jetzt mit 5 Piloten oder so, ja? Ja, gar kein Problem. Willst du nicht、 ich harte dir jetzt mal nach oben? Ich bin sicher, ich werde hier jetzt mal nach oben, da ist. Ja, rein. Ja, rein. Gilt. Welch. Ich halte es dann. Ich gucke, flipp. Weit K. Alles in die Hölbe. Alle haben uns geboren. Einer ist in die Hölbe. Ihr ne textures. Ich halte ihn gleich. Na gut. Was sind das? Einer, in die Schrufe von vorne. Einer, in die Schrufe noch bei dir. Ja, f***, noch einer. Ich halte ihn, ich halte ihn. 2 Nice, let's go Ich bleib beim nächsten, ich bin beim nächsten Hinter mir Fetched me I'm going to last Ich spawn gut, ich spawn gut Ich spawn hinter red, Jungs Geh nächstes Geh nächstes Geh nächstes Hab sie ich zurück? Nice, let's go Hab den, hab den, hab den Ich schau ihn doch Okay Los ist weg Hardpoint lost Hardpoint is ours Meist hat Spawns, meist hat Spawns 2, 2, 2, 2 2, 2, 2 Ich schau ihn Ah, eines nicht gepusht Ah, Ellie, Ellie, weg Zwei sind Mitte, eines Maggernum Come huge points Hardpoint contest Ich hab den links Ich lasse du auch Ich hab den, raus Geh, weg, weg Ich schau ihn bitte Ich schau ihn bitte Eine, holz Eine, schau ihn Holz weg, holz weg Lass dich Lass dich Erst Holz weg Hardpoint contested Hardpoint lost Einer links Down Nice Noch eine, holz, noch eine, holz Ich muss weiter kappen Ah, ich hatte gleich Holz Alles down Das Weg nicht schrückt Oh, da gibt's keine Hardpoint contested Hardpoint contested Ich geh nächstes Eine, eine ist Mittel, eine ist Mittel Ich hab den im Huhn, ich hab den im Huhn Hardpoint identisch Mario, gerade mit dem Unfall Ich hab den im Huhn Ich hab den im Huhn Du mein Haar, äh Einer Scheune, zwei Scheune, zwei Scheune Noch einer, noch einer Scheune Ich hab Schienen, Jungs, einen Ladder Absolut, gerne Hab den Er hat mich rausgeschossen Ich geh rein, ich geh rein Einer hat doch Schienen durchgepusht, Kidi Einer pusht hier im Mittel, er ist müde Einer muss, beide Weed, beide Weed Noch einer, oben drin Ich hab zwei, ich hab Schiene, Jungs Oh mein Oh, er ist doch beguess, alte Schlemmung Er ist hier rechts Meine Wunsch, Jungs, Wunsch auf Weg Oh mein Gott Hardpoint identified Friendly Lightning Strike inbound Hardpoint Er ist hier rechts, in der Ecke war Er wird geboten, einer ist hier links vor zehn Hardpoint contested Einer, bitte Hardpoint contested Ich hab zwei streaks Waren, Fäcker ist aufdrücken Noch eine Front Zwei Front, zwei Front Ich könnte sie auf noch nicht ein Sky in der Mitte zick zack mit der nächstes ich habe noch streaks einer ist Top Red Top Red da einer Tim einer Vodka einer ich streak dich einer war Front Red beißen Holz alle Tablet immer noch Hardpoint Lockdown Hardpoint Attest Hardpoint Lost Nice let's go ich jump her ich jump her geht nächstes komm ich hole Spawns ich hole Spawns einer ist nicht man ich hab den ich hab den noch eine sogo Alley noch eine sogo Alley glaube ich ich hole den Alley Nice let's go Hostiles ich kann Spawns Nachschau, Schau, Schau, Schau. Schau, 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 Schau. Ich hab einen L Er hat so gechoked Einer, einer, einer Holz Fuck, eine Schöne, oh nice Wir müssen uns hier Ich hab einen Streak, ich hab zwei Streaks, stell dich vor Der Moose ist geputscht bei Gleise, wir müssen Muskeln Wir müssen Muskeln, er ist offensichtlich bei Gleise noch Mach jetzt Streaks, mach jetzt Streaks Ah, da sind alle drin Einer war Front Gleise noch Fuck, einer, eine Schöne Absolut eine Kugel Nice Wir werden immer noch gut spawnen, wir werden immer noch gut spawnen Ich hab ihn drin Nächster 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 Drei ist im Nächsten, Drei ist im Nächsten Nächster 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 Halt Pointe Nächster Nächster Ich hab die Mitte, ich hab die Mitte. Noch eine kleine Raum. Eine Milktruck. Eine Milktruck, glaube ich. Milktruck immer noch. Komm, nächstes, komm. Eine schon im nächsten, eine schon im nächsten. Inactive, komm, new time. Eine to Bord. Oh, ich muss das rein. Hardpoint identified. Hardpoint locked down. Eine to Bord, eine to Bord. Ich muss mir Tears up. Ich strecke die raus, ich strecke die raus, weiter. Miniac-3-2, stalking targets. Ab dem Holtz. Einer Hitclitch, Hitclitch. User disconnected from your channel. Er ist einfach noch hinter dem Auto. Ein kleiner Raumboot. Mit euch mal ein bisschen Zeit los, wir verlieren uns. Ein kleiner Raumboot, ein kleiner Raumboot. Geht auf. Halt! Halt! Geht nach. User entlang. User has moved your channel. User left your channel. User left your channel. Heitab. Er ist einfach in Holtz. Ich hab ihn. F***, einer. 9, 9, let's go. Einer kommt, verwirrt der Runlader. Ich hab gleich Holz, ich hab gleich Holz auch. Einer kommt, Holz. Komm rein. Der Wunder hat mich, f***. Das ist rechts, jetzt jump raus. Let's go. Geh zum nächsten, geh zum nächsten. Wir können das hier closen, wir können das hier closen. Klapp an. Ok, jetzt, jetzt, nächster, jetzt, nächster. Ich bin am nächsten. Einer ist hinten lang, hinten Fenster. Oh mein, ein bisschen wie Bullshit. 2, 2, 2. Warte, f*** hier. Einer, Schöner, einer, Schöner. Ich katt das links. Warte, warte, warte. Nein, da braucht man richtig. Einer ist ganz rechts, guckt Schöner. Kommt jetzt. Komm, ich hab kurz vor, komm. Komm, komm. Länen holen. Heiß dran. Mein eins, weiner. Wer noch da drin? Klapp den, zwei. Ich hab den zwei. Hoag, 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 hoag. Ok. Mitte hier ist der Kielstrain. Flaugt sag in hier, flaugt zum hier. Nein, 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 nein. Hör, hoag, hoag. Ich hab die Team-Spieger.